Grundsätzlich ist es so, dass der Rheindarm momentan ein Gebilde ist aus Sand, Scheinen, Schotter, Drainageleitungen und oben eben einer entsprechenden Grünfläche. Ganz oben befindet sich der Fahr- oder Gehweg für die Leute, die dort das als Naherholungsgebiet nutzen. Was letztendlich wir machen würden, das ist ein Bauwerk in den Rheindarm hineinbauen, wo auf der Wasserseite sich eben diese Hochwasserschutzwand befindet, die getrieben durch den Auftrieb nach oben kommt und eben dahinter im Damm wäre der Energiespeicher. Letztendlich sieht der Damm nach dem Bau völlig gleich aus wie jetzt, nur mit dem Unterschied, dass er eben eine zusätzliche Funktion bekommt. Man kann auch, wenn man möchte, nur das Hochwasserschutzbauwerk neben den bestehenden Weg bauen und den Wärmespeicher komplett weglassen oder man kann zum Beispiel den Wärmespeicher nur dorthin bauen in der Nähe von besiedelten Gebieten oder in der Nähe von Industriegebäuden und dazwischen macht man nur die Hochwasserschutzwand, damit man entsprechend dieses Risiko abdecken kann. Man kann die Wand auch so gestalten, dass sie im Bereich von Retentionsflächen etwas niedriger ist und dadurch bewusst das Wasser abgeleitet wird, um eben sozusagen zusätzlich eben Volumen in diese Flächen abzuleiten. Es gibt auch Berechnungen bestehende Lammbauwerke oder diese Minimalversion. Die Minimalversion des Hochwasserschutzes wäre relativ günstig von den Kosten her und wahrscheinlich auch von der zeitlichen Komponente realisierbar.